SV Darmstadt 98 Was für ein Sieg gestern Abend nahezu in letzter Minute und was kaum noch jemand für möglich hielt SV Darmstadt 98 steigt auf in die zweite Fußball-Bundesliga. Absolut trober, unglaublich, Wahnsinn! Es musste einfach sein, die Saison war grandios. Welches Spiel in welcher Liga kann das an Dramaturgie überbieten? Solche Szenen sieht man normalerweise nur an Wettmeisterschaftsspielen, EM, und das ist Darmstadt! Darmstadt! Schaut euch's an, Wahnsinn! Ja! Wir sind zu der Liga! Wir waren das gesünder! Endlich! Das ist gesünder! Wir sind abgekommen! Ja! 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 Wir sind am Itilst! Ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, ja, ja!